Ohohoho, habt ihr angefackelt, hihihi! Wie kannst du denn das da durchschaff... Wie hab ich das geschafft, Alter? Ja, Cheater, Alter. So, liebe Leutchen, willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von It's Better Together, der Map mit dem gewissen Etwas ähm und mit Maltetien zusammen natürlich und mit mir und natürlich mit dem Format namen Doom, wie ihr alle schon mittlerweile kennt Doom, boom, boom, Alter und ähm... Geil, mach das wieder Ja, stand! Mach das gefälligst wieder! Ja, es geht nur ganz kurz, Alter ja Ja, okay Okay, 3, 2, 1, jetzt Ne, und jetzt auch noch Hebel, ne? 3, 2, 1, jetzt Unten, hinten, 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 hinten Ja, wir müssen erst hinten dann direkt nach vorne laufen 3, 2, 1, jetzt Warte 3, 2, 1, jetzt Warte 3, 2, 1, jetzt Warte Warte War zu langsam Ich glaube es ist einfach, wenn wir erst oben machen, dann unten 忍 dann Warte Warte jetzt jetzt so 321 jetzt 321 jetzt da warst du mal ich gucke mal ganz gut was da vorne dran stand ja das ist was die show me your moves okay vielleicht muss er ja trotzdem zuerst unten gemacht werden dann nach oben oder vielleicht aber da oben sind vier kontrollnämpchen einer geht an so die müssen alle gleichzeitig an seine genau machen wir oben da vielleicht bleiben wir so an 321 jetzt die bleiben nicht an die gehen wieder aus wir müssen kommen gehen nach oben wir müssten hat so schnell wie möglich das ganze machen ich komme der in die fahrt lp 321 jetzt also geschafft ja schnell alter ja ich war schon wieder ich war schon wieder unten bei dem ich habe gedacht du hörst gar nicht auf mich doch ich habe schon wieder weiter gedacht als du wie immer im leben ich bin mir leid mir leid ok dann sofort runter ok 321 go und jetzt direkt unten dann pushen ja ne war schon zu spät war meine zu spät ne die meine das war auch schon wieder aus also nochmal 321 go ganz schnell ganz schnell ja ok ja ok ja ok sind die gods geh doch sterben endlich bitte lass mich in Ruhe bitte lass mich in Ruhe bitte lass mich in Ruhe aber das ist cool die map also der style gefällt mir also ein bisschen portal-like ist schon ok kann machen so wir haben etwas wir haben ein secret element in der Wasser in der nächsten Test das hat die Wasser sehr schrecklich zu agieren aber trotzdem wir haben es auch sehr gut für einen neuen Test wir haben nicht ok ja ich bin noch gerade nicht sicher was wir hier machen müssen ja alles klar und wir haben hier so ein Dingenswerf hier mhm wir haben hier was passiert da drinnen gar nichts was habe ich was mache ich hier nicht was mache ich hier nicht so recht hier müssen wir irgendwie noch hinkommen wir müssen die Tür aufbekommen hier ganz klar aber aber was passiert denn da wenn ich da drauf gehe mhm ich sehe es nicht ganz ehrlich warte 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 ne doch mach mal bitte auf nochmal 3 2 1 jetzt ok jetzt mach ich den anderen ja warte mal ich bin jetzt hier oben warte mal ich bin jetzt oben lang ich hätte jetzt hier durchschwimmen können wirkt mir das irgendwas ja 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 ich könnte bis hier ganz oben durchschwimmen ok nochmal bitte hier vorne 3 2 ok mama ja 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 so jetzt bin ich hier ganz oben ich darf aber wirklich oh Gott es ist aber anspruchsvoll ein bisschen du scheiße anspruchsvoll ist das scheiße anspruchsvoll ist das scheiße oh Gott ich werde abgedrängt oh warte ich hier ich helfe dir alter ich helfe dir also so hilfst du mir nicht ich helfe dir so hilfst du mir ja am Arsch hilfst du mir hat doch geklappt ja ja es hat nicht runterfallen bleib doch da oben jetzt ich fall doch nicht runter ok oh Gott wird immer schwieriger gerade ok ja jetzt kann ich hier irgendwas machen was macht das hier ah du musst auch noch hier nach oben hä du musst auf die andere Seite nach oben du musst auf die Seite da oi wie komme ich denn da hin das ist die Frage wie also ich komme da hin ok warte 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 ich schwimme auch durchs Wasser wird schon gehen oder oder schaffe ich das nicht doch das schaffst du selber aber dann haben wir da hinten ist noch eine Tür mit Leitern und so die hätten wir auch noch eigentlich hä ja wieso kriege ich denn Schaden wenn du trinkst vielleicht hä nein ich habe einfach so einen Schaden also wir haben wieder irgendwie das nicht so gemacht wie es sein müsste wie sagst du dafür so lange gebraucht also wir haben wieder ein Teil übersprungen aber irgendwie die Map ist echt nicht das wahre ganz ehrlich los kletter schneller du kleiner Bastard kleiner Urang-Utan alter deine Mutti ist behaart wie ein Apfel das ist sogar wahr warum tschüss mach einen Abgang mach ich nicht nein oh wieder FWF fliegt geh doch wie brennt das hier geh doch oh waren es alle jetzt mittlerweile oder immer noch neuere Sachen dann um fuhm ja ich habe noch einen Pump ok 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 hier können wir nichts öffnen das ist schon mal gut zu wissen Geh jetzt mal hier hoch, ne? Du gehst da hoch. Ja, ja. Mach ich, Mama. Äh, da ist Erde. Ähm, how much wood could wood chunk, äh, chunk? Was? What? How much wood could a wood chunk chunk if a wood chunk could chunk wood? Alter, Vater, ey. Ja, wo soll ich hoch? Ach, komm, ich geh jetzt da hin. Du gehst auf das Ding, ist okay? Komm. Geh da drauf, Alter. Wasser ist weg. Ist das mal abgelaufen? Ist es abgelaufen bei dir? Alter! Weg hier. Hä? Mach nochmal bitte, nochmal bitte. Geh mal hier drauf, bis es abgelaufen ist bei dir. Ja, du musst ja sagen, wenn es abgelaufen ist. Deiner Hoden, Kobold. Bei mir war eben schon abgelaufen. Bei mir aber nicht. Aber hier ist abgelaufen, ja. Ist aber ein Teppich, ist da. Können wir ja das kaputt machen? Ne, ne? Ja, ist eine Schaufel, wir müssen irgendwie... Ah, da, da, hier ist... Ja, den hätten wir doch verbrennen können. Lass mal dein Ding abfließen. Warte mal. Ach stimmt, das ist ja Teppich. Ja, ich verbrenne mal bei dir dann, ne? Verbrenne mal bei dir, bitte. Ach komm, ich bau das einfach ab. Ja, jetzt. Ich bin jetzt da drin, ja. Alles klar. So, hab ich irgendwas gemacht? Hast du gesehen, was ich gemacht hab? Nein, aber ich bin auch da drin. Ah, okay. Wir müssen, wir müssen, wir müssen eine Schaufel finden. Geh auf, geht auf, geht auf, geht auf, bleib drauf, 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 bleib drauf. Ja, ich muss da erstmal, ich muss da erstmal wieder draufgehen, du fetter Maul. Okay, wir müssen noch kurz eine Schaufel finden gehen. Warte kurz. Warte, warte. Okay, warte. Okay, gehst du bei mir gucken, bitte. Ich komm nach oben. Komm doch nach oben. Na, mach mal, Moment. Hast du das im Mund, oder wie? Nein. Wie dein, der Kock, oder was? Nein. So, Moment. Ich komm doch nicht raus aus dem Wasser, tut mir leid. Doch, kommst du schon. Wenn ich ansteigen, würdest du es schaffen. Ähm, bei dir müsste... Okay, mach doch jetzt. Ja, bei dir müsste ein Dingens drin sein, eins, ein Knochen. Knochenmehl, war bei mir dran. Ja. Nur Knochenmehl bekommen. Gut. Dann würde ich sagen, mach mir jetzt ein bisschen Spaß mit einem Sapling und... Ähm, so hier. Ich will nur holen, wie wir da am besten hochkommen. Ach, hier durch, ne? Kommen wir da hoch. Ist ein Baum gewachsen? Ja. Ja, dann mach doch... Alter. Da mach doch das Knochenmehl da drauf. Ich hab doch schon Knochenmehl da drauf gemacht. Ich hatte nur eins. Und es gab auch in den ganzen Dinger nur einen. Ja, geil, ey. Dann müssen wir so ein bisschen Knochenmehl cheaten, owa. GameMode 1, Knochenmehl. So. Alles klar. Lieber Map-Ersteller, ne? Wenn man es nicht kann, dann lieber sein lassen. Mhm. Mhm. Ja, da waren Wolle-Dinges, oder? Was ist denn da gewesen? Oh, ihr kommt ja nach draußen. Okay. Ohohoho, ihr habt es angefackelt. Hihi. Wie kannst du denn das da durch? Ja, wir haben nicht das geschafft, Alter. Ich bin ein Cheater, ey. Ich bin ein Babo, Alter. So, war es das jetzt mal langsam? Irgendwie, weil es jetzt vorbei ist. Alter. Die Map geht einfach immer weiter. Alter, die hört gar keinen Bock mehr aufzuhören. Error. Test. Okay. Okay. Weißt du, was ich dazu sage, Dom? Ja, ganz genau. Ja, wir haben nämlich schon gewonnen, also es wäre echt das Ende der Web gewesen. Das wäre der letzte Test gewesen. Sicher? Ja, sonst wäre doch noch kein Kuchen. Vielleicht aber müssen wir hier noch einen Block verschieben. Wir machen noch ein bisschen. Naja, klar. Denn wir haben noch Zeit. Ich habe hier eine Druckplatte. Ja, ich habe auch verschiedene Druckplatten. Guck mal, wir haben ja Sachen gefunden. Warte mal. Arg, error, my name is error, player, idea, need to fix to fix that, blablabla. Just wait, don't try to escape. I need skills. Eine Schere brauchen wir. Ich habe auch Blöcke bekommen, irgendwie. Eisenblock haben. Und Redstone. Was ist denn, wenn wir auf die Druckplatten hier drauf gehen, die ja überall sind? Weil hier ist ja eine, die wir auch immer auf einer Druckplatte drauf sind, nicht auf Holz. Warte, wir können doch die Sachen, die Eisenblöcke, die wir weggefunden haben, hier drauflegen, oder nicht? Ja. So. Ach, komm mal her. Mach mal hier anständig. So. So. Auf alle? Legst du auf alle drauf? Nur auf alle Fehldruckplatten was draufgelegt gerade. Äh. Warte mal. Geißte. Okay, auf alle vier. Jetzt ist da noch ein Knopf, geh der mal da drauf. Den habe ich doch schon gedrückt. Was ist denn passiert? Wir müssen aber gleichzeitig drauf, Malte. Geh nochmal auf den da hin. Na, da oben ist doch Freige geworden jetzt, da oben. Ja? Ja. Stimmt. Stay where you are. Oh, fuck. Und da ist natürlich die Tür richtig, ne? Oder wie? Ja klar, ey. Glador, Glarfisch, Glarfosch. Oh ja, Glarfosch. Ich glaube, es pisst aus seinem Arschloch. Das macht Sinn. Oh, ich habe mir das gemerkt durch Spongebob, habe ich mir das gemerkt. Spongebob und dann kalkt der aus dem Mund und kalkt der aus dem Arsch, kalkt der auch raus und hier haben wir dann noch ein bisschen, bisschen Blut. Jetzt mach doch nicht zu, du dummes Misstruhending, ey. Mach wieder auf. Misstruhending. Mach wieder auf. Oh, ey. Sei froh, dass du dich nicht mehr im Eisenblock gemacht hast. Ja, ich bin froh. Die Lavaspring ist keine Option, ne? Irgendein Button gedrückt. Hier. Vielleicht können wir ja hier irgendwo rein. Ich sehe hier eine Druckplatte. Und jetzt ist die, glaube ich, wieder zu. Kann das sein? Wo ist die denn? Ich würde durch die Lava springen. Fast sogar schon. Oder bringt das nichts, meinst du? Hier ist nichts. Okay. Oh, ne, wo geh mich hin? Ähm. Hier haben wir uns hier durch die vier Löcher durch. Ich sehe irgendwo noch ein Hebel oder irgendwas zum Activaten. Nee. Alarm! Alarm! Man kann hier aber auch an der Seite noch hochschwimmen. Das mache ich mal. Irgendwas habe ich hier gerade gemacht, auf jeden Fall. Irgendwas habe ich gerade gemacht. Oder so. Oder so. Oder so. Mach ich manchmal. So. Geil-o-mati-co. Ich bin jetzt oben auf dem Ding drauf. Wie das denn? Man kann auch an der Seite hochschwimmen. Ich glaube, das haben wir nämlich gerade gemacht. Ich werde mich auch mal kurz sterben. Willst du dich porten oder willst du gehen? Ich gehe den Weg nochmal kurz. Ich suche gerade hier oben schon alles ab. Hier war ja Fall da. Ja. Aha. Ja, sagst du auch B sagen. Aha. Ich glaube, ich habe es hier. Ich glaube, ich bin durch. Ja, warte doch mal. Alarm. Wo? Ach, seitlich. Ach, das haben wir gerade aktiviert. Das haben wir gerade aufgemacht. So sieht es nämlich aus, Matätchen. Deshalb sind wir gerade aktiviert. Ja, jetzt musst du da einfach hoch und dann durchs Loch schwimmen. Durchs Loch. Und als ich schwamm, schwamm ich für immer. Geh doch hoch. Ich bin in der Mitte. Wie du bist in der Mitte? In dieser Mitte bin ich jetzt. Ich bin richtig außen, außerhalb von dem Ding. Ja, ich bin oben an dem Ding jetzt. Ja, und jetzt musst du auf einer Seite kannst rein und da ist ein Loch. Und da kannst du reinschwimmen. Dann musst du gucken, ob das Wasser runter geht. Und in dem Ding ist da einfach so ein Loch. Und dann kann man durchschwimmen und dann ist man auf einmal in so einem Halbweg. Warte mal. Hier lang. Und da. Ach, hier ist ein Loch. Ich sehe so einen Halbweg. Ja, aber wie, was bringt einem das? Da war ich gerade. Ich bin einmal durch den Kreis geschwommen. Vielleicht woanders wieder rein? Ja, guck mal, ob du was finden willst. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich gehe mal auf die andere Seite rein. Ich guck da jetzt mal. Na, nur Menschen bitte. So. Jetzt ist die lecker. Nee, das bringt gar nichts. Auch nicht wieder reingehen? Ja, wieso sollte das hier existieren, wenn es nichts bringt? Ja, bei dem Spiel, warum existieren hier Türen, wenn die gar nichts bringen? Naja, das war eigentlich ein bisschen strange alles. Miete doch! Ich würde hier irgendwie gerne durch die Mitte... Boah, Alter, die Matpap an neben sich ist ja schön, ohne Spaß. Ich habe gar keine Freunde mehr, Familie. Durch die Mitte durch, aber da kommt man nicht durch. Ja, ich kann jetzt nur nochmal versuchen, außen rum zu gucken, irgendwo. Ist hier irgendwo auch ein Loch? Aber. Ah, warte. Hier ist ein Loch. Ich habe ein Loch gefunden. In der Ecke. In der Ecke ist ein Loch. Unten? Ja, ja, unten in der Ecke ist ein Loch. Da sind jetzt ganz viele Squids, 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 Squids. Kann man jetzt durchlaufen? Mal wieder, zweimal. Und hier ist nix, hinter. Ah, hier ist ein Knopf. Jetzt falle ich nochmal tiefer. Idiots, you are always... Okay, ja. You are always irgendwas. Und hier ist der Endraum wahrscheinlich. Ne, wir haben hier noch... Guck mal. Sind sie drin? Gut. Woh-oh! Woh-oh! Da-da-da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Musik Musik Ja, dann sehen wir uns am Dienstag wieder mit der neuen Map Auch Vorschläge für Maps vielleicht auch in die Kommentare Und dann würde ich sagen, bis Dienstag, liebe Leute Oh yeah Ach, es ist gut, bis dann Tschüss, tschüss, tschüss